Was tut man nicht alles so um für das letzte Leben, ne? Ist eigentlich schon jemand mein toller neuer Hintergrund? Ja, zing! Genau! Ist eigentlich schon jemand mein toller neuer Hintergrund aufgefallen? Plankt! Plankt! Ich stehe auf solche Puzzle, irgendwie. Nein! Verdammt! Zing! So, aber... Wo kann ich denn jetzt... Habe ich irgendwas verpasst? Ne, hier war nur das, ne? Hm... Habe ich was übersehen? Wahrscheinlich. So, und jetzt verzischt euch. Ha, 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 ha! Nein! Nein, 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 nein! So, jetzt die Frage. Jetzt habe ich voll Twitch übersehen. Game over. Ja, genau. Wie findest du das Spiel? Ja, wo ich das Spiel finde? Wie ich das Spiel finde? Zu gut! Zu gut! Sonst würde ich es nicht so oft spielen und auf meinem Kanal wäre nicht so viel unterwegs. Gamer... Gamer nennt LP... Glaube ich. Schwer war es... Ne, nicht... Nochmal schwer! Könnte mir doch nicht antun. Darf ich nur mal? Okay. Wenn selbst das Nein da vorne nach hinten kommt... Tu es. Okay. Ihr wollt mich leiden sehen. Ja. Was willst du denn da hinten schon wieder? Nee. Wii U, ja klar. Nein, hier ist es ja. Seit wann gibt es Nintendo-Spiele auf einer Playstation? Immer. Mhm. So. Wir fangen frisch an und kriegen gleich wieder ein Japaner-Level vorgesetzt. Das finde ich toll. Oh. Bitte. Miep? Also ich sag es mal so. Tro spielt ja schon... Sims 4 mit seiner Frau. Doch, meine Frau ist für vieles zu haben. Ne? So war es keine Dreckung. Ne, nicht wirklich. So, da haben wir einen. Was? Und wieso jetzt hier wieder runter? Achso, ich seh schon. Warte mal, ich versteh alles nicht. Wieso spielst du auf den kleinen? Ähm, die CD kommt in die Wii U rein. Das Gamepad ist ja nicht die ganze Konsole. Da gibt es ja nochmal eine extra Konsole. Das Ding ist nur drahtlos damit verbunden. Und ich spiele gerade am PC-Bildschirm. Ich hab halt, da steht der Bildschirm und hier hast du das Gamepad. Das Ding geht ganz normal an den Fernseher anzuschließen. Über HDMI-Voraussetzungen, versteht sich. Und die Wii U ist toll, finde ich. Vor allem, wenn du sowieso Nintendo-Fan bist. Eben, und wenn du Familienspiele magst. Danke für den netten Kommentar aus dem Hintergrund. Boah, das war knapp. Wie habt ihr, wat? Ich hab irgend... Boah. Wie gesagt, ich könnte ja jetzt die Konsole an sich zeigen. Die steht nur da hinten unterm... ...auf dem PC. So, aber das Level hat's in sich. Trollololololol, genau. Ist eh wieder die falsche Tür, ne? Ne, doch nicht. Yes! Ja, aber es ist ein leichtes Troll-Level. Ja, geb ich recht. Ein kleines bisschen vielleicht. Wurde grad sagen, geht's auch mal weiter. Level beendet. Er kriegt einen Stern von mir. Mario, du kannst ja mal dazu sagen, ist das jetzt in Ordnung mit dem Chat so? Ich mein, es ragt zwar jetzt ein bisschen rein, aber... Es ragt ein bisschen sehr rein. Und wenn ich das so sehe, Twitch müsste noch ein bisschen mehr rein... Ach, das ist doch auch doof. Alter! Einmal nicht aufgepasst. Geht schon wieder die Hölle los. Petrus, dann... Ach, whatever. Wieso? Kann ich Französisch? Ah! Go back! Oh! Eine Feder! Eine Feder! Gib mir die Feder! Finde ich gut. Toll. Oh, Mann! Kann man... Also, lass es mich... Lass es mich mal so ausdrücken. Es gibt Spiele, die das so unterstützen. Ah! Verdammt! Dass der eine halt auf dem Gamepad spielt und der andere... Ich weiß gar nicht, welches das ist. Einer spielt auf dem Fernseher. Einer auf dem Gamepad. Oh! 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 Na gut! Bei Mario Party gibt es zum Beispiel den... Stimmt! Den Bowser-Modus! Oh! 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 Müsste ich jetzt nachgucken, aber... Müsste eigentlich auch gehen. Ding-Dong? Wieso Ding-Dong? Boah! Da hat sie doch nicht mehr alle! Was? Achso! Ja, ganz toll. Jetzt habe ich das Ding zu, aber jetzt hänge ich hier irgendwie fest. Ne, da oben hab... Da oben hab ich schon aufgeräumt, ne? Ja. Aber hey, warte mal, da dürfte ich doch noch an den... Auch ne, die gehen ja kaputt dadurch. Mario-Fan, du darfst zählen. Wiggle, 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 ach komm, jetzt ganz viele Wiggler, oh ich hab's geahnt. So was ist mies, leicht. Nein, ich probier das erst. Danke für den Follower auf Twitch. Ja, ich muss dazu sagen, der Follower alert funktioniert, das finde ich schon mal super. Ja, 12, hast gewonnen. Empire of the Clouds von Chelsea. Ich ahne Schreckliches, ja, ein paar Kugelwillis, das geht ja noch. Oh ne. Verzisch dich. Du auch. Könnt ihr euch mal verzischen, ihr lieben Kugelwillis? Danke. Miep? Warum? Warum? Ich weiß nicht, erkennt man eigentlich was dahin in meiner Sammlung? So. Tun wir das jetzt hier mal. Okay. Spätestens ab hier ist Firearm mit Speedrun. Oh nein. Ah. Oh nein. Ah. Ah. Einmal nicht aufgepasst. Verdammt. Ach, das sehe ich ja jetzt. Er ist halt da, klingt. Du bist ja doch da. Jetzt, 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 jetzt bin ich doch schon wieder. Nein, das ist machbar. Irgendwie. Wie, was ist hier los? Ich habe gesagt um, Dings. 19 Uhr. Ach, komm. Mann. Ist doch eine Frage. Ich nehme das für YouTube ja immer ohne das Layout hier vom Stream auf. Findet ihr das eigentlich? Oder soll ich das Layout da auch lieber mitnehmen? So gesehen, jetzt wäre eh zu spät, weil jetzt habe ich das Layout eh schon. Ach, guck mal an. Ich muss den Bowser von hier aus sozusagen treffen. Was alle lagen, oder wie? Oh, wie hält denn der aus? Welches tolles Level. Nee, ich kam heute leider ehrlich gesagt gar nicht dazu beim Trophenkanal zu gucken. Weil ich für gewöhnlich sonntags halt meine Aufnahmen immer mache. So, und spätestens jetzt geht mir die Munition aus. Ach, da hinten wäre ja noch was. Achso, das ist ja... Ach ja. Oh, wie viel Treffer braucht der dann? Bitte, bitte, komm. Yes! Yes, yes, yes! war interessant kriegt ein stern von mir wir sind bei nummer drei mit noch 82 leben fire and brimstone jetzt muss ich hier noch mal ganz kurz gucken das mit dem chat ist auch jetzt so eine sache der langteil schon ganz schön da rein der stream wird schon wieder bei dir nicht warte mal da guck ich mal ganz kurz was du bist du bist auf hitbox da kann ich auf twitch lange gucken er sagt mir eigentlich alles okay wieder mal soll ich noch mal neu starten wie gesagt bis jetzt obs zeigt grün danke darklink also bei mir zeigt er eigentlich auch alles ich meine ich stream sowieso jetzt nicht in der ich habe ja nur knapp 1400 im bits ne k bits whatever desto weh aber dass man das mit dem stream hier im overlay muss ich mir noch was einfallen lassen doch nee oder komm schon wo gehen wir lang wo gehen wir lang wir gehen hier lang ob das jetzt die richtige entscheidung war 1080p versteht sich aber halt nur mit 30 fps weil ansonsten würde glaube ich meine leitung auseinanderfliegen ach so das level ist von warzer kich die den Bis zum nächsten Mal.